das würde jetzt der smiley in etwa diesen lauts gesagt in diesem todfall sagen ja große kleine neuigkeit ankündigung nimmts wie es wollt ich hab mal wieder ein bisschen gebastelt mit paint.net ja ich bastel mit öfters rum ja ihr seht ja schon wie megaman final fantasy zerstört ja ich habe es mal wieder versucht ich habe mal aufgehört ist zu versuchen weil dieses dumme sound ding nervt mich tierisch zumal den ich aber auch gesehen habe weil ich habe dann einfach mal ein paar spielstände runtergeladen ja ich wollte eigentlich nur gucken ob meine cds funktionieren haut mir jetzt noch cd 3 ziemlich fest in meinen eier sprich ich muss erst mal gucken ob ich wie was wo wer wann ich dann noch cd 3 laufen zu kriegen müssen dann habe ich immer noch das soundproblem ich frage mich immer noch wie die anders gemacht haben und ich kann mich vorstellen wie das gemacht haben wir haben es mit auto oder city ich glaube jeder wird mich jetzt nicht aufnehmen ja eigentlich habe ich ein bisschen andere sachen geplant und ich wollte jetzt eigentlich nicht zigtaus programm deswegen laufen lassen wo ich dann wahrscheinlich eine ganze woche für den partner ich sage jetzt nicht dass es auf eis gelegt wird es kann sich halt nur noch wissen die länger in der tat umsetzen als da ich auch eine finde sie ziemlich groß sind nicht professionell machen will aber ich möchte euch halt auch gerne die menge 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 ja und zurzeit habe ich auch irgendwie überhaupt keine lust auf rollenspiele sag ich jetzt mal ja jetzt wird ja wahrscheinlich lachen diablo 2 ist ja auch ein rollenspiel ja aber diablo 2 ist auch mehr hacken slay und irgendwie bin ich total im diablo fieber zurzeit und das together macht mir einen haufen spaß man wird es zwar manchmal nicht da ist über wahrscheinlich mit seiner tollen art mir die verdirbt ein spaß beiseite nein aber wie macht das diablo 2 ist ein haufen spaß und da habe ich jetzt eigentlich die zeit gehabt also da habe ich eigentlich vor die meiste zeit zu drin zu verbringen weil es einfach cool ist sam und max wird weitergehen wie geplant wie gewohnt und ihr seht wahrscheinlich in diesem tollen bild was ich mal zusammengekleistert haben zwei af und die werden wahrscheinlich sogar an der musik gehört haben was jetzt sache ist da ich ja schon mit captain chips den af captain von monkey allen 3 glück hatte dachte ich mal gehe ich jetzt mal ein bisschen weiter weg von der point-and-click szene und werde jetzt wieder ein jump and run machen und zwar ein ziemliches nerviges jump und run was mich so ziemlich zu weiß gut treiben wird ich sag auf jeden fall freut euch drauf es kommt definitiv nach standard max also ich werde erst mal gucken dass ich das durchspiele weiterhin werdet ihr mich noch im together sehen und dann geht es los mit donkey kong country 1 also leute wir sehen uns dank fürs zuhören und bis dann